Wie bitte? Ein Auto als Mischung aus Tesla und SpaceX? Heute Nacht haben wir die Designziele für den neuen Tesla Roadster radikal erhöht. Okay, neuer Tesla Roadster, geil, aber Elon, geht's konkreter? So ein Auto wird's nie wieder geben, wenn man es überhaupt Auto nennen kann. Tesla SpaceX. Warte, warte, die Beschleunigungswerte vom S-Plate sind schon krank, okay, aber mittlerweile nix mehr wirklich Besonderes. Bezieht er sich womöglich gerade auf seinen Tweet von 2019? Ein SpaceX-Kaltgas-Triebwerk anstelle der hinteren zwei Sitze. Elon, was? Null auf 100 in unter einer Sekunde. Elon, was? Und das ist der uninteressante Part. Wenn Elon Musk im neuen Tesla Roadster wirklich ein Triebwerk in die Rückbank einbaut, könnte das in etwa so aussehen. Vorgestellt werden soll der Wagen Ende des Jahres. Blufft Elon Musk oder kommt da wirklich was Heftiges?